Hier haben wir die größten Armee aus Heidelberg, der Titel Siege-Siege. Das Internet, ansonsten ich, ist nicht so weit hoch. Also Siege-Siege. Das Internet ist eine scharfe Wandlung, aber ohne Strom ist alles tot. Ex-Kalibur, Waffe des Kündigungsartus, Schad ist das Wunschrecht. Internet ist Waffe, Wahrheit, Klarheit, Erkenntnis oder Lüge, Momming, Diskriminierung. Ex-Kalibur ist Wahrheit. Internet, du hast dich überrascht, aber verbrauche deinen Verstand. Was ist das? Alles klar. Ach, was ist das? Was hat Ihnen gesagt? Ja, ich bin bei Meister für mich noch einmal ein. Man könnte auch sagen, wie Ge, Ge, aus dem Armee ist für genannt. Ich sage jetzt nur ein Stichwort her. Das könnte sein, dass die Maske wegen der Kernanolimus in Verbindung mit der Option-Preisregel belagert sich der Banken. Man kann dann die Sache jetzt weiter springen lassen. Was bedeutet das bezogen? Internet, weltweite Verknüpfung. Was würde passieren, wenn das Internet plötzlich tot wäre? Wo stünken die Banken heute? So, und jetzt noch etwas zum Gulasch.